hey leute was geht willkommen zu einem video wir spielen heute humanfallflat mit dabei ist der der hier gerade so rumsackt da wird man echt noch schneller durch guck mal ich kann laufen das ding hier verpiss dich das bin ich okay was warte das ist ein video dazu wenn So weit wie die Tür da geht. Oh man. Oh. Was ist denn da? Man, ich nehme dich. Ich kann mal den scheiß Button drücken. Aber ich mach das. Ich mach das. Ich muss jetzt mal wieder aufstehen. Ok, nimmst du das Ding mit oder? Ja. Warte, ob die wieder in die Gegend. Wuhu. Das funktioniert nicht gut. Das ist noch eins, das ist noch eins. Warte. Jetzt hast du beide. Ja, ja. Warte. Hier, da hab ich dir eins hängen gelassen. Äh, warte, ich darf es gar nicht greifen. So, neul, ich hab's. So, jetzt wieder. Hopp. Ich hab's nur über den Kopf drüber. Oh, what the fuck. Hey, verpiss dich. Ach so. Du musst, du musst beide machen. Ja. Auf den Boden gucken. Oh nein, 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 nein. Er springt da einfach schon vor. Ich fall hier gerade. Hi. Oh Mann ey, das Spiel ist geil, oder nicht? Das Spiel ist lustig. So, so, so. Warte mal, erst mal wieder. Boah. Yo. Das legt mal einen Bahnhof. Ey, du drück mal X. Ach so, ja genau, stellt man sich tot. Ja, jetzt will ich dich wieder auf. Ähm, sticht ihn wieder auf. Ah. In. Mit der Hand. Ja. Ja. Oh, rückwärts geht's auch. Irgendwo, ich hinlatsch. Ja, ja. Wo müssen wir, was? Wir müssen wahrscheinlich nicht. Auf steht das Ding hier vor der Tür. Ja, zieh mal weg. Doch nicht. Okay, jetzt muss ich, guck mal wie stark ich bin. Ich zieh jetzt Eisenbahn. Oha. Ich zieh, Junge, ich zieh. Oh Leute. Richtiges Tier, Mann. So, wieder gegen dich drücken. Da sind du weg. Erst mal den Kopf am Türrahm stoßen. Läuft. Ähm. Okay, was muss man hier machen? Weiß ich nicht. Ich komm erstmal rüber. Äh. Okay, grab das. Achso. Achso. Ich weiß wie. Ne, warte mal. Ich zieh mal. Oh, ähm. Ich zieh mal wieder rüber hier. Okay. Oh, warte, da hochklettern, jetzt zieh das Ding mal hier rüber, dann pushen, geh mal weg da Karim, du stehst im Weg, wir machen das richtig, wir machen das richtig, ja, warte das pushen, so durch hier, durch hier, hey du Arsch… Okay, warte. Nein, nein, ich zieh, ich zieh, ich zieh! Du musst auf die hochziehen. Ach so. Ah stimmt, wir kommen ja ganz nachts gar nicht drauf. Bist du drauf? Ähm. Ja, ciao Karim, ne? Ähm. Du musst wieder nach oben, Digga. Ah, warte mal. Du kannst mich doch anfassen, also packen. Hier bitte. Oh, ich kann klettern. Kletter du mal. Kletterst du denn? Glaube ich. Keine Ahnung. Irgendwie funktioniert das nicht so wie ich will. Ähm. Warte. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Keine Ahnung, wie man hier klettern soll. Ich hab ne Idee. Ja, jetzt musst du bloß in die andere Richtung klatschen. Wichtig. Ja. Genau so. So, let's see what's in here. Wup wup. Wup wup. Wup wup. Wup wup. Wup. Was down did I need? Oh, fast so weit Ah, I guess I know Yep, I know So, warte 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 Nein Ja Siehst du mich? War schön mit dir Ähm, Moment Ist schon das nächste Level Ja, warte mal Pop, pop Oh Gott Ja, Moment Muss erstmal wieder rüberkommen Ja, dann halt kein CPU Achso Geht's gar nicht mit mir Nein, nein Ich muss jetzt echt noch ganz viel rüberholen Das Ding doch, anstatt es von der Seite zu ziehen Ja Schade, ich hätt's so gefeiert, hätt's noch ein bisschen länger gezogen So hart gefeiert Ja Weiter, weiter, weiter Du brauchst noch ein bisschen Doch, schade Hier klappen können Hier hauseinander ziehen können So Jetzt hier durchhoppen Finally done Oh mein Gott Oh Auf die Fresse Junge Oh nein Er wirft mich ab mit Sachen Was ist das hier für'n Schnappf Stellen wir die Box da drauf Ja, hatte ich vor Ja, hoch mit der Box Warte Ich fass von der Seite an Steh mal rauf Steh mal auf den Falsch Äh, so, ja Ja, lass los Steh doch, steht Oh, Junge Zieh's mir runter Oh, den kriege ich Den kriege ich Äh, fast auf die Fresse geflogen Aber warte, man kann ja hochgucken und dann grabben Richtig Nicht runterschmeißen, das Ding Das ist so geil, das Spiel Kann man nicht hier runter treten Ah, I see, I see Oh, we need this thing here Nein, umdrehen This thing Kannst du mal den Knopf drücken Nice Ah, ich hab's losgelassen Keine Faust So, Tür ist offen Hopp 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 Knapp Ah, I see Ich geh Ich bin unten Ja, dann nimmst du diesmal das Ding oder was? Ja Warte, ich hole das Ding mal kurz runter Ghetto Faust Ich hab's den gedoppelt in Ghetto Faust Ghetto Faust Ghetto Doppel Faust Oh, yeah Oh, oh Oh, warte Ah, warte Das ist mal nebenboxen Richtig Ich muss dich auf den Zug stellen Aber Bescheid, wenn du auf dem Zug stehst, ist das schlecht Ich stehe auf dem Zug Seite tauschen, sonst kann ich dich nicht bis zu Ja Ja Auf geht's Ich geh schon mal den Fahrstuhl wieder runter Ja Kommen sie, kommen sie, ne Paschel ist da Kommen sie Ja, kommen sie, kommen sie Und Ghetto Faust Yeah Ghetto Faust, Ghetto Faust Oh, fuck, wir treffen nicht Ich darf's los, dann wieder Hau durch da Durch da Durch da Wie Ich kann den Scheiß grad nicht legen BAM Ähm Erstmal wieder aufstehen Könnten Hoppa Und wie Ist er jetzt Okay Hoppala Hi Uuuuund Hoppala Das ist ein Jump and Run, genauso wie du es magst Nein Jump and Run Ja, so der Shooter-Typ Das ist Spunny-Hop hier, weißt du Oh, scheiße Wir müssen runter Klettern, warte, man kann klettern Ist das Video auch? Nein, ich bin doch nicht mehr da Komm her Gott, der Tisch ist einfach durchlaufen Wo hast du angefangen, wo du angefangen hast Even wenn du richtig gemacht hast Let's break it down Raise your hands Inhale Optional Approach the obstacle Lower your hands grabbing the obstacle Look down to pull yourself up Walk forward as you release your hands Hand release timing is crucial Releasing too early or too late Will not get you high And you might as well do yoga instead Also Mach mal das Video hier weg, Junge, ich wollte da durch So, hier, also Oh Ach, geschluckt Ja Hoch da Das sieht so behindert aus Ach, wirklich Komm mit Du hast mich am Arsch Du Arschloch Ja, ich hab's geschafft Ach, nö, das sieht aus wie ein Bunnyhoppen mit Scheiße Richtig Deswegen sag ich doch Das ist genau dein Element Fuck Ja Mit einem Arm Ich bin easy Ja Ganz Ganz wie hoch, so Hier Geht schon Ab Das schaust du schon Bist doch ein starker, junger Buf Aber doch nicht hier Oh fuck Ich hör zu früh ab Das ist Digga, wir hätten auch hier Wir hätten das ganze Ähm Wie heißt das? Sparen können, ne? War so klar, dass wir das Sparen können Guck mal Hier ist die Stufe Jetzt weißt du auch warum das Video da war Ne Haha, Karim Egal, ich kann ja klettern, ne? Gleich auch Aber Bunnyhoppen ist einfach lustiger Was man hier auch immer Bunnyhoppen nennen kann Klar kann man das, weißt du doch Du hast doch eben grad gesehen wie ich da hochgezählt bin Ja, lassen, kletter doch hoch und lass los Hier ist ein Video Instruction Echt? Echt? Ja Ja Warte Warte Wo denn? Ja Ne, diese gelben Balken sind ja da Was ist denn da wieder? Warte 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 Kann ich ihn nicht mitnehmen Hach Hach Siehst du das? Nein, aber ich transistisch hier gerade hoch zu kommen Achso Hab's Ciao Ja, warte mal. Ich hab's rausgefunden. Hast du? Ich hab's schon rausgefunden wie es geht. Achso. Oh Gott. Oben. Nicht. Oh Gott. Oh, das freuert sich so ganz. Ah, scheiße. Ich bin der Ruder gefallen ganz am Anfang. Läuft. Läuft bei dir. Fett bist du geworden. Läuft richtig. Dankeschön. Erde. Ist da oben noch irgendwas? Ja, finally done. Erste Stufe jedenfalls. Ja, ich schick das nicht. Also ich check das schon, aber ich check das nicht auf die Reihe. Oh Mann. Oh Mann. Was kommt mir eigentlich hin, wenn man in den Tod fällt? Keine Ahnung. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich könnte jetzt nicht auf die Reihe mit dem nach oben gucken und dem gleichzeitig grabben. Oh, was ist das hier? Das sieht aus wie eine Liane. Ich glaube ich spring jetzt mal... Oh Gott, ich komm ja nicht hoch. Das ist so dämlich. Oh, da komm ich nicht bis zum anderen Ende. Jetzt scheiße. Weißt du was ich? Hey, wie bist denn die hier hochgekommen? Spreng. Ja, aber ich schaff das nicht. Ich hab grad ein anderes Problem als die Liane, wie das macht. Ich häng grad over the edge. Ähm, okay. Ich komm die Treppe nicht hoch. Ich komm die Treppe nicht hoch. Das ist äh... Ich komm die Treppe nicht hoch. Nicht mal die erste Stufe. Oh yes, ich bin drü- Geil. Wie ist denn der hier rübergekommen? Spaß gemacht. Ja, da ich keine Ahnung hab... Da ich jetzt keine Ahnung hab... Ich komm die einfach nicht hoch. Ich bin da, wo du am Anfang nicht hochgekommen bist. Du musst deine Hände in die Luft halten, ne? Erst tu ich und dann springen. Richtig. So und dann läufst du sozusagen an. Und springst. Und dann fällt sich doch oben an der Kante fest. Richtig? Ja. Und dann ist das so wie ein ganz normales Klettern. Du guckst einfach nach unten. Warte bei mir gar nichts mehr. Oh lol. Ey Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lass doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eine positive Bewertung oder negative. Je nachdem, was ihr so für Anregungen habt. Was ihr verbessern kann. Wenn ihr mir irgendwas sagen wollt. Bei drei Likes führen wir die Serie fort. Bei drei Minuten beenden wir sie. Genau. Also, wir spielen das nur einmal. Haut rein. Nein. Haut rein. Jo tschau.